Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Zanderangeln vom Ufer ist die gängigste und beliebteste Fangmethode für die meisten Raubfischangler. Viele von euch fragen sich, was ist wichtig für den Zanderfang im Sommer? Sieht zwar gerade nicht so nach Sommer aus, aber wir haben Sommer. Natürlich gehören sehr gute Angelställe mit entsprechendem Potenzial dazu. Am Beispiel des vielleicht besten Zander-Hotspots im Sommer überhaupt möchte ich euch erklären, worauf es als Uferangler besonders ankommt. Wir besuchen ein tolles Stauwehr im Fluss. Das habe ich euch hier schon mal im Bild eingeblendet. Und wir gehen zusammen einen halben Tag jetzt hier in Holland zum Zanderangeln und filmen natürlich. Welche Faktoren mir persönlich dabei wichtig sind, möchte ich euch in diesem Film erklären. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann fangen wir sogar ein paar Fischchen. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was passieren wird, weil ich war sehr, sehr lange nicht hier. Und mir kamen eben schon zwei Angler entgegen, die sagten, heute beißt nichts. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Ich habe ein paar Stündchen Zeit und wir sehen, was passiert. Zander lassen sich auf verschiedenste Arten sehr gut im Fluss fangen. Je nach Angelsituation kann es wichtig sein, auf unterschiedliche Methoden eingestellt zu sein. Vor allem, wenn ich wie jetzt zum ersten Mal nach sehr langer Zeit wieder ans Wasser komme und noch nicht genau weiß, was einen erwartet, dann sollte man nicht nur eine Route mit einer Methode parat haben. Ich habe jetzt hier für die Kamera nur eine Route mitgenommen, aber ich habe hinten noch weitere Routen liegen, so, dass wir dann auch mit verschiedenen Methoden zumindest mal probieren können. Ich war also jetzt gerade für einen Familienbesuch hier in der Nähe und habe spontan beschlossen, einen Abstecher zum Film für euch zu machen. Ihr fandet die Uferangelei auf Hecht ja schon richtig toll und diesmal soll es ein bisschen um Uferangeln auf Zander gehen. Ich habe also schnell ein paar Angelsachen ins Auto gepackt und den verbliebenen Nachmittag, wir haben jetzt also irgendwie, Pi mal Daumen, so drei Uhr bis zum Abend hin, wollen wir mal gemeinsam ein bisschen probieren, was hier vielleicht so passieren kann. Früher war das eine super Stelle im Sommer, die ich vor ungefähr 25 Jahren sehr intensiv beangelt habe. Der ein oder andere Fisch- und Fangleser hat vielleicht gesehen, dass ich in den letzten Jahren zweimal zurückgekommen bin, immer für die Profi-Liga. Einmal mit Jörg Strelow haben wir so ein bisschen was gefangen, da kamen hier also ein Hecht und mehrere Zander und das andere Mal war ich nur kurz auf Stippvisite hier, da schien überhaupt nichts zu gehen. Aber speziell hier habe ich früher viele tolle Fische fangen können. Zur Erinnerung, damit wir hier schon mal ein paar Bilder im Film haben, habe ich euch hier ein paar alte Bilder eingeblendet. Hier gab es wirklich tolle Zander, richtig dicke Hechte, auch große Barsche immer wieder und selten, aber dennoch erstaunlich ab und zu auch einmal eine richtig dicke Meerforelle. Ich bin mit euch jetzt hier, weil im Sommer die Stellenwahl im Fluss ganz besonderen Kriterien genügen muss. Viele Flüsse werden im Sommer sehr warm und trotz der Strömung, trotz des Wehres, das hier vorhanden ist, kann es zu Sauerstoffmangel kommen. Im letzten Video hier habe ich euch ja schon erklärt, dass Zander verschiedene Faktoren brauchen, die ihr Wohlbefinden fördern. Angenehme Temperaturen sind jetzt überall im Fluss, günstige Strömung und vor allem auch Schattenplätze sind sehr wichtig für gute Zanderfänge. Es kann sein, weil wir heute eine gewisse Bewölkung haben, dass die Zander auch rauskommen, dass wir also nicht in die Schattenplätze ganz dicht hinein müssen, dass sie also auch jetzt am Tage ein bisschen auf Yacht sind. Allerdings ist das Wasser sehr klar. Es ist also wirklich super klar. Wir haben eine Sicht von 1, 2, 3 Metern. Ich habe eben schon mal reingesehen. Das gibt mir also ein ungutes Gefühl für die Angelei jetzt am Tage. Trotzdem bleiben wir optimistisch und sehen mal, was da passieren kann. Früher, also vor 25 Jahren, konnte ich an dieser Stelle sehr viele Zander fangen. Da waren Tagesfänge mit 30, 40, 50 Fischen möglich. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich weniger als 20 Fische vor 25 Jahren gefangen habe, den ganzen Tag allerdings, dann war ich schon unzufrieden. Heute bin ich froh, wenn ich zwei oder drei Fische fange und euch die in die Kamera halten kann. Ich weiß nicht, wie es hier läuft und wie zahlreich wir jetzt hier Zander erwarten können. Als Uferangler ist es natürlich wichtig, dass man mit seinem Angelgerät unterschiedliche Bereiche einer aussichtsreichen Angelstelle mit weiten Würfen erreichen kann. Weites Werfen ist nicht nur beim Hechtangeln, sondern auch und ganz besonders beim Zanderangeln häufig sehr wichtig. Zander stehen sogar noch weniger nur an einem Platz. Jetzt am Tage liegen sie irgendwo in Deckung und warten auf zufällige Beute. Also wenn jemand vorbeikommt, der fressenswert erscheint, dann wird auch mal zugeschnappt. Das ist also typisch Zander. Aber wir müssen ran an die Zander. Wenn also der Zander irgendwo liegt, dann schwimmt er also nicht weit aus seinem Versteck heraus und schnappt unseren Köder, sondern wir müssen also wirklich ganz nah dran und dann wird auch mal zugeschnappt. Das ist also die erste wichtige Geschichte, die ihr als Zanderangler wissen müsst. Also das Gefühl, die Stelle gut abgesucht zu haben, hat man erst, wenn man wirklich einen Platz auch intensiv an den Unterständen dann abgehakt hat. Wir müssen als Zanderangler viel aktiver sein. Wir müssen zu den Zandern hin, notfalls auch mit wirklich weiten Würfen. Von früher kenne ich diese Stelle hier und es kommen viele verschiedene Bereiche in Betracht. Natürlich zieht es jeden Angler zunächst einmal direkt ans Wehr und dort ist es häufig auch sehr gut. Wichtig dabei ist es aber zu wissen, die meisten Wehranlagen dürfen nicht direkt am Wehr beangelt werden. Wir müssen also immer ein ganzes Stück Abstand von dem Wehr halten und hier haben wir also dann noch den Vorteil, da ist also auch eine schöne Fischtreppe davor, dass also die Fische dann auch das Wehr umwandern können. Ist für uns vielleicht nicht so ein schöner Vorteil, weil von Fischtreppen muss man auch nochmal Abstand halten und entsprechend sind wir also mit unseren Angelmöglichkeiten etwas eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir also auch mit Weitwürfen viel absuchen können und vielleicht auch in die Nähe von interessanten Geschichten wie Strömungskanten, Wehranlage und sowas hinkommen. Direkt in dem sprudelnden Wasser ist es natürlich super zu angeln. Da stehen die meisten Fische gern, auch Zander, auch in stärkerer Strömung. Wenn also mehr Wasser hier durchgeht, dann sind die auch inmitten der Strömung zu finden und dann lohnt sich auch ein Versuch dort. Allerdings ist jetzt im Moment nicht so sehr viel Strömung da. Ihr wisst alle, der Sommer fällt schon wieder relativ trocken aus. Bis jetzt haben die Bauern immer gejammert, viel zu wenig Regen, wir brauchen mehr Wasser und das brauchen wir als Angler natürlich auch. Stärkere Strömung macht die Fische deutlich munterer. Wenn wir also Zanderangeln im Fluss betreiben, dann ist also ein erhöhter oder sogar hoher Wasserstand deutlich besser, als wenn wir so in extremem Niedrigwasser angeln müssen. Dann sind die ganzen schönen Strukturen am Ufer trocken und die Fische wandern irgendwo mitten in den Fluss hinein, liegen also in irgendwelchen Rinnen im Flussbett und das ist also deutlich schwieriger zu angeln. Da wir nicht direkt am Wehr angeln dürfen, müssen wir fast immer weit Strom aufwärts werfen. Nicht einfach und deswegen solltet ihr dieses Video zum weiten Werfen auch einmal ansehen, um die Grundlagenweiterwürfe zu verstehen und vielleicht auch euren Fangradius etwas zu vergrößern. Aber neben der normalen Spinnrute mit Weitwurfködern wie schweren Gummifischen, vielleicht auch Zikaden oder auch Blinkern, könnt ihr den Köder auch von dem Wurfgewicht entkoppeln. Und dann kommen andere Angeltechniken, die sogenannten Finesstechniken, wie zum Beispiel Carolina Montagen, Texas Rigs und Dropshot Montagen zum Einsatz. Speziell hier müssen wir ziemlich weit werfen und ich habe nicht nur normale kleine Dropshot Bleie, sondern auch ein paar schwere Klötze eingepackt. Der Vorteil der Dropshot Montage ist nämlich, dass wir damit einmal sehr weit werfen können und wir können zum Zweiten auch den Köder retten. Wenn wir also so wie hier jetzt ganz viele Steine und Holz und sonst was im Wasser liegen haben, dann hoppelt nur das Blei über dem Bodengrund. Und wenn das Blei dann hängen bleibt, dann ist also der meistens viel teurere Köder immer noch erhalten. Wir reißen also nur das Blei ab. Insgesamt kriegt man mit so einer Dropshot Montage, wenn es jetzt nicht gerade eine dicke Steinpackung ist, deutlich weniger Abrisse als mit dem normalen Gummifisch, der sich auch gerne in den Steinen dann verkantet. Das Thema Hänger ist ein riesengroßes, da mache ich euch demnächst auch mal ein sehr umfassendes Video, damit wir einmal ganz umfassend Hänger vermeiden lernen und zum Zweiten dann, wenn es denn Hänger gegeben hat, auch Hänger zu lösen. Das soll hier also jetzt nicht ausführlich angesprochen werden, das wird den Rahmen dieses Videos dann doch sprengen. Mit dem großen Radius, wenn wir also mit der Dropshot Montage zum Beispiel jetzt auch richtig weit werfen, da kriegt man vielleicht schon mal ein Biss, verpasst den auch. Und dann kann man beurteilen, ob man vielleicht auch mit anderen Methoden, die effektiver angeln, dann auch dahin kommt und vielleicht dann mit einer anderen Methode den beißenden Fisch da draußen dann überlisten. Also es ist immer ein großer Vorteil, als Zanderangler vom Ufer aus verschiedene Methoden parat zu haben. Wer also nur auf Gummifische mit Bleiköpfen schwirrt, der wird manchmal daneben liegen, genauso wie jemand, der nur auf Dropshot oder nur auf Carolina Ricks schwirrt. Wir müssen also ein bisschen hin und her variieren, weil auch die Tagesform der Fische davon abhängt, was jetzt die beste Methode ist. Ich habe es schon erlebt, dass der Gummifisch mit Bleikopf richtig böse abgeräumt hat. Ich bin aber auch schon richtig nass gemacht worden. Ich bin also jetzt nicht der wilde Finesse-Angler, weil mit der Carolina Montage zum Beispiel die Fische häufig tief geschluckt haben. Wer da nicht richtig aufpasst und ordentlich angelt, der hat also öfter auch mal einen verhackten Fisch dabei. Das möchte ich persönlich sehr vermeiden. Und deswegen ist mir der Gummifisch mit Bleikopf eigentlich lieber. Beim Angeln mit Dropshot-Montagen nehme ich also lieber diese länglichen Bleie, diese stifthartigen Bleie, weil die also besser über die Steinpackung hier drüber wegrutschen. Die verkanten sich etwas weniger als irgendwelche Kugeln oder Oliven oder sonst was. Und wenn wir bemerken, dass die Fische beißen oder die Hängergefahr nicht so sehr groß ist, dann können wir auch feiner angeln und versuchen, mit unseren Gummifischen dann vielleicht den einen oder anderen Fisch auch richtig gut zu haken. Bei der Dropshot-Montage hat man manchmal auch wiederholt Fehlbisse. Wenn ihr also sehr spitz beißen mit der Schnur vor der Schnauze, ist das also nicht immer ganz einfach, jeden Fisch an den Haken zu bekommen. So, und jetzt wollen wir einfach mal sehen, was hier so passiert. Genug gequatscht. Natürlich angeln wir nicht nur direkt am Meer. Dafür sind hier viel zu viele tolle potenzielle Angelstellen. Und vor allem die richtig großen Fische lieben es häufig auch etwas ruhiger. Die stellen sich auch gerne mal etwas flussabwärts hin. Die stellen sich öfter flussabwärts in die Strömung beziehungsweise am Ufer in die Steinpackung. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt gehen wir erst mal angeln. Und jetzt gehen wir erst mal auf. Untertitelung. BR 2018 So, ich fange hier an der ersten Stelle direkt vor dem Meer an, da wo wir also gerade angeln dürfen. Eine natürliche Barriere verhindert die Versuchung auch besonders nah heranzugehen. Bitte achtet darauf, dass in Holland und Deutschland die meisten Fischtreppen auch mit Abstand beangelt werden müssen. Direkt am Meer suche ich in der Regel, wenn es denn erlaubt ist, gezielt die möglichen Ruhebereiche ab. Wir suchen nicht nur den Sauerstoff, der sich in dem herabprasselnden Wasser löst, sondern auch möglichst in der Nähe ruhigere Zonen und vor allem jetzt in der Sonne, wenn sie denn dann rauskommt, auch Schattenplätze. Die Zender können überall sein. Ganz dicht am Ufer, an der Steinpackung, genauso wie draußen in irgendwelchen Rinnen unter Wasser. Wir können also alles absuchen. Wenn wir die sichtbaren Schattenbereiche, die also vielleicht die Brücke von dem Meer sind und wir da auch angeln dürfen, können das also auch Steganlagen, das können also auch irgendwelche Pontons sein. Überall wo Boote liegen, lohnt es sich besonders intensiv zu angeln. Wir probieren es auch weiter entfernt vom Meer, hier flussabwärts. Natürlich, weil genau weiß man niemals, wo die meisten Fische sich jetzt gerade verteilt haben. Es hat schon etwas von Ostereier suchen. Natürlich sind wir hier erstmal auf Probieren angewiesen. Wir tasten uns jetzt durch die Unterwasserwelt hindurch. Mit dem Aufsetzen des Bleies auf den Bodengrund kann der erfahrene Angler vieles erkennen. Der weiß dann, wenn es ein hartes Aufticken ist, ein richtig deutliches Aufglocken, dass der Bodengrund sehr fest ist. Wenn das also nur so ein ganz dumpfes oder schwer spürbares Aufsetzen des Köders ist, dann ist also sehr wahrscheinlich weicher Bodengrund. Je härter das Glock, je kräftiger das Glock auf dem Bodengrund für uns wahrnehmbar ist, desto sicherer können wir sagen, das ist sehr harter Bodengrund und der ist besonders gut. Je härter ein Boden ist, desto besser ist das für uns als Zanderangler. Meistens bedeutet das Steine, bedeutet das auch Muscheln und Zander lieben steinigen, muschelbewachsenen Bodengrund. Wenn es hakt beim Jiggen, bekommen viele Angler ja Angst. Struktur und Hänger bringen aber Fisch und ich riskiere gern ein paar Abrisse. Nur wenn es zu heftig wird, merke ich mir die Stelle und werfe dann vielleicht links oder rechts neben die ganz böse Hängerstelle und nicht direkt obendrauf. Aber sehr häufig gibt es in den schlimmsten Hängerecken auch die meisten Fische. Deswegen riskiere ich es gerne, ein, zwei Köder auch mal abzureißen, weil direkt neben den bösen Hängerstellen stehen also häufig auch die Fische. Neben der Härte des Bodengrundes zeigt mir die Absinkzeit nach dem Anziehen meiner Montage oder meines Bubifisches auch an, wie tief das Wasser wird, wie also die Tendenz ist. Werden die Absinkzeiten kürzer, angle ich also entweder eine Schräge hoch oder die Strömung wird schwächer. Kürzere Absinkzeiten machen auch weniger Bleigewicht nötig. In Grenzen kann der sehr gute Angler das durch steiler gehaltene Angelrouten und etwas schnelleres Kurbeln ausgleichen, aber irgendwann wird ein Wechsel des Bleies sinnvoll. Probiert es einfach einmal mit leichterem Bleikopf. Werden die Absinkzeiten allerdings länger, fische ich entweder eine Kante herunter, dann wird es also tiefer oder die Strömung wird dort, wo der Köder hinschwimmt, stärker. Das kann so schlimm werden, dass ich gar keinen Grundkontakt mehr bekomme. Und spätestens dann sollte man auch einmal das Bleigewicht an der Dropshot- oder Gummifischmontage dann erhöhen, damit wir wieder Grundkontakt haben. Das ist sehr wichtig, um diese tieferen Bereiche dann auch sinnvoll abzusuchen. Ich weiß sogar, dass hier unter Wasser noch so ein kleiner Buhnenkopf ist, um den herum sie gerne auch Deckung suchen. Das erkläre ich euch gleich direkt an der Stelle. Wer Zander im Fluss angeln möchte und weiß, dass sich dort Wehranlagen befinden, der sollte diese tollen Angelstellen im Sommer besonders intensiv absuchen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Habt ihr das gesehen? Guckt euch mal die Schnur hier an. So viel zu monophil. Das ist extrem aufgeraut. Eigentlich könnte man das Stahlvorfach noch länger machen. Hier sind also definitiv Muscheln im Wasser, die also die monophile Schnur hier kräftig zerschneiden. Das Stahlvorfach hat mich wahrscheinlich vor mehr Abrissen gerettet. Musik Musik Da haben wieder Leute gefragt, wie denn so ein Monophil angeknotet wird. Ich hatte euch das ja schon im Vorfachvideo gezeigt. Aber hier nochmal Schnüre überkreuz legen. 10, 15 cm überstehen lassen. Und dann zwei Kringel, die so eben dann zusammengewickelt werden. Das monophile Ende hier, das braucht man nicht so oft zusammenwickeln. 8, 9 Mal reicht da dicker aus. Das ziehen wir einfach zusammen. Und das andere Ende, Knoten umdrehen. Geht also genauso. Das Ende greifen wir uns hier. Kringel legen. Und dann gehen wir einfach da durch. Und die geflochtene Schnur müssen wir ein bisschen öfter wickeln. Das ist also ganz wichtig, dass wir da also mindestens 10 Wicklungen machen. Die geflochtene Schnur ist also wesentlich glatter, auch wenn sie sich ein bisschen rauer anfühlt. Aber was das Durchrutschen bei Knoten angeht, ist geflochtene Schnur gefährlicher. Und deswegen müssen wir ein paar Wicklungen mehr machen, um eben genügend Reibung zu erzeugen, dass der Knoten sich nicht wieder öffnet. Also lieber im Zweifel ein bisschen öfter wickeln bei der geflochtenen Schnur. So, den ziehen wir dann schön zusammen. So, sauber zusammenziehen. Und dann ziehen wir die Knoten gegeneinander. Und schon ist der ganze Spaß fest. Auch hier wieder einen schönen Zuchttest machen. Lieber an Land abreißen. Und unten kommt auch wieder Stahlvorfach dran. So, soll es einiges ... Also, sind wir hier jetzt wieder ein! themn im Zimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr habt vielleicht in den alten Videos gesehen, da hatte ich immer ziemlich gelbe Schnur drauf. Das mache ich heute nicht mehr, weil ich mit dem Finger in die Schnur gehe. Den Fingertrick, das habe ich euch jetzt nochmal hier oben links eingeblendet, den Fingertrick mache ich, damit ich die Schnur nicht mehr über dem Wasser beobachten muss. Wer mit dieser Fingergeschichte nicht klarkommt und also auch optischen Schnurkontakt braucht, der sollte darauf achten, dass er also auch eine fluoreszierende, möglichst knallige Schnur nimmt. Allerdings unten am Köder dann unbedingt auch dunkel machen, damit die Fische nicht angeleuchtet werden. Das wäre nicht so vorteilhaft. Hier muss man jetzt schon genau hingucken. Ihr seht das vielleicht gegen den Horizont, beziehungsweise gegen den dunklen Streifen von dem gegenüberliegenden Ufer. Da kann man die Schnur ganz gut beobachten. Das ist also ein kleiner Trick für diejenigen, die also immer noch auf die Sichtbarkeit der Schnur angewiesen sind. Haltet euch die Angelrute so, dass ihr irgendwo gegen den gegenüberliegenden Hintergrund die Schnur einigermaßen gut erkennen könnt. Es gibt meistens irgendwas, was also dann guten Kontrast zu eurer Angelschnur bildet. Und da muss man sich vielleicht nur mal einen Meter nach links, rechts stellen oder die Rute nach links oder rechts halten. Und schon hat man dann die Schnur auch im Auge, um sie gut beobachten zu können. Wenn du fährst ein bisschen mehrmal dran, dann machst du nicht mehr viel, gerne. Dann kannst du ganz schnell an den Ufer schauen, damit du den Rumpen machen kannst. Dann kannst du den Rumpen machen, damit du den Rumpen machen kannst. Dann kannst du den Rumpen machen, damit du den Rumpen machen kannst. Dann kannst du den Rumpen machen kannst. Dann kannst du den Rumpen machen. Dann kannst du den Rumpen machen, damit du ihn auch ein Cox-Kartner in den Rumpen machen kannst. Dann kannst du ihn auch ein Aussatz zugucken. Und dann kannst du ihn auch absolut gehen. Der Rumpen machen kannst. Uh, ich verμέde하는 Garment tenseu. Ja, liebe Angelfreunde, jetzt sind wir abrupt vom Petrus, vom Wasser verjagt worden. Die wichtigsten Sachen habe ich euch erklärt. Ihr habt gesehen, hier gibt es Fische und beim nächsten Mal angeln wir dann tatsächlich Zander. Hier ist jetzt also durch den starken Regen Filmen nicht mehr möglich gewesen. Ich nutze gerade die kleine Regenpause, da hinten kommen schon wieder schwarze Wolken. Und entsprechend breche ich das an dieser Stelle ab. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Wer-Erklären etwas anfangen. Beim nächsten Mal fahren wir an eine andere gute Stelle und dann sehen wir, dass wir auch ein paar Zander kriegen. Versprochen. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal und trotzdem Petri Heil beim Ausprobieren.